Es sind zwei Hauptpunkte, die von Hamburg sprechen. Zum einen ist es die digitale Stadt, die vom Senat propagiert wird. Es ist ein idealer Nährboden für die ganzen Firmen und auch für die Stadt selbst, um sich zu digitalisieren. Gutes Beispiel ist der Smart Port, in dem verschiedenste Devices im Hafen miteinander vernetzt sind. Der Wasserstand, die Belegbarkeit der Kräne, die Schiffe und so weiter. Aber der zweite wichtigere Punkt sogar noch sind die über tausendjährige Tradition in Hamburg von Kaufmännern, die inzwischen zu den globalen Weltmarktführenden in ihrer Branche führen, von E-Commerce über Luftfahrt über Logistik. Diese Kunden vernetzen sich weltweit und so ein perfekter Match für Equinix und die globale Plattform. Hamburg ist nicht einfach nur das vierte Fähnchen auf der Deutschlandkarte. Hamburg ist eine perfekte Ergänzung unserer globalen Strategie. Wenn wir auf Deutschland schauen, ist Frankfurt natürlich die Vernetzungshauptstadt. Mit allen Carrier und Kunden, die miteinander Ökosysteme bilden, das wird schwer einzuholen sein. Aber in der heutigen Welt ist Distanz der Killer für die Datenübertragung. Sie müssen dort sein, wo die Kunden sie brauchen. Das ist unsere Strategie, unserer globalen Plattform. Wir sind an der Edge. Wir sind bisher vertreten in Frankfurt, logischerweise in München, in Düsseldorf und jetzt auch in Hamburg. Wir sehen uns ganz klar als Partner der Stadt und der Unternehmen in der Region. Aber nicht nur einfach als Partner, der hilft, sondern als Partner, der antreibt und der Digitalisierung vorantreibt. Sie sehen uns einfach als Dünger für den vorbeschriebenen Nährboden in der Stadt. Wir als neutraler Rechenzentrumsanbieter mit unserer globalen Plattform und globalen Präsenz bieten schnelle, direkte Verbindungen für all die Unternehmen in der Branche. Und wenn wir zu dem Thema Dünger zurückkommen, ein Baum, ein digitaler Baum wäre sowieso gewachsen in Hamburg. Mit unserem Dünger wächst ein ganzer Wald und viele Bäume haben ihre Wurzeln vernetzt als Netzwerk. Da sind wir beim Thema Interconnection und genau das, was wir anbieten als Anbieter. Man muss Hamburg ein bisschen losgelöst sehen. Wenn man Hamburg nur als lokalen Standort sehen würde, wäre die Fragen schwierig zu beantworten. Aber Hamburg hat viele Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Die sind vernetzt weltweit mit ihren Kunden und Lieferanten. Das heißt, es geht nicht nur aus Hamburg in die Welt, sondern aus der Welt nach Hamburg. Diese ganze Vernetzung und die globale Plattform dieser Händler ist ein 1 zu 1 Match zu Equinix. Unsere globale Plattform bietet den Händlern die Möglichkeit, den Kunden die Möglichkeit weltweit zu deployen und ihre ganzen Netzwerke miteinander zu verbinden. Wenn Sie schauen, wir haben weltweit über 55 Städte und über 200 Rechenzentren. Wir werden wahrscheinlich an jedem Standort sein, wo genau diese Hamburger Firmen auch sind und sind als guter Partner dafür vorgesehen. Unsere Kunden können Hamburg nahezu alle Equinix Services, die unsere globale Plattform anbietet, in Anspruch nehmen. Insbesondere möchte ich hervorheben unsere Interconnection, die wir weltweit anbieten. Wir haben über 350.000 direkte Verbindungen zwischen Kunden, physische und virtuelle. Um darauf zugreifen zu können, ist es sehr wichtig, ein Produkt zu haben, das ihnen skalierbare Möglichkeiten bietet, das weltweit auszurollen. Hier ist unser Equinix Cloud Exchange Fabric das ideale Produkt, weil dadurch haben sie skalierbare Möglichkeiten auf verschiedene Cloud-Anbieter zuzugreifen und zwar nicht nur am selben Standort, sondern auch an anderen Standorten. Sie sitzen in Hamburg, verbinden sich mit einem Cloud-Anbieter in Hamburg und in Frankfurt und in Amsterdam, haben ihre Resilienz geschaffen. Hamburg wird wie jedes Rechenzentrum in verschiedenen Phasen ausgebaut. Sie investieren nie den gesamten Betrag am Anfang. In der ersten Phase in Hamburg werden wir ungefähr 30 Millionen Dollar investieren. In der finalen Ausbaustufe reden wir über ungefähr 12.000 Quadratmeter und zwischen 1.800 und 1.900 Cabinets, die für ihre Reserve zur Verfügung stehen. Ob wir den Standort weiter ausbauen, hängt natürlich vom Bedarf ab, aber schauen Sie an unsere anderen Standorte in München, Düsseldorf und vor allen Dingen in Frankfurt. Immer wenn Kunden auf uns zukommen und der Bedarf da ist, um digitale Ökosysteme und Interconnections zu bilden, waren wir da und haben auch weiter ausgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020